Valera, mach deine Hand weg, Mann! Du siehst doch, dass nur noch wenig Kohle da ist. Wollte noch helfen. Versteh nicht, was mit den Frauen los ist. Hatte gestern bei Tinder Match gehabt, jetzt schreibt sie nicht mehr mir. Hat gefragt, hast du Abitur? Hab ich geschrieben, nein. Fertig, keine Antwort mehr. Natürlich, das ist Natur, sie sucht den besten Mann. Valera, was Natur, Abitur? Alter, hat in der Steinzeit Neandertal Abiturzeugnis Mammut gezeigt? Entweder hat ihn getötet oder hat auf die Fresse bekommen. Fertig. Das war damals Steinzeit, Alter. Heute ist was anderes. Was Steinzeit? Was ist mit Ole? Das Gymnasium hat Schnitt 1,0. Und was? Hat noch nie gefickt in seinem Leben. Und was ist mit mir? Gibt's für Mädchen klar machen 1,0? Nein. Da wird er von mir ungenügend bekommen. Wer wird seine Gene am Ende verbreiten? Ich oder er? Ich? Ich auch. Was? Du auch? Bei dir ist es noch schlimmer. Du hast keine Abitur und hast noch nie gefickt. Das Einzige, was du verbreitst, sind Fly in deinem Garnelenkostüm für Fischrestaurant. Oder auf ein Stück Herpes verbreitest du. Das ist das Einzige. Fertig. Mach mir neue Kohle, Alter. Siehst doch, das ist schon fast leer. Ich habe keine mehr. Was? Keine mehr? Geh schnell, mach schnell.